So scheint es jetzt zu funktionieren, hoffe ich mal. Wo sind die Gegner? Ich schwimme jetzt nichts. Keine Gegner. Alle am Pilot. Vollkommen packakt den Anpacken. Raus, doch da umhälte ich. Nein. Dein Hart, ich wollte ihn gerade retten. Anna healing mit. Anna geht's gut. Ach, come on. Was ist denn da? Oh no. Ich höre! Ich habe eine Erhebliche, die zu tun. Ich habe ein wenig zu tun. Ich bin an der anderen Seite. Du bist hier. Du bist living. Du bist, du bist. Oh, meinst. Er hat mir, ich weiß, was das so Tein ist. Aber das ist in die Kappe hat. Ich begegge so viel. Also irgendwie finde ich nicht das Spiel. Falls es noch warm wäre, dann wäre es doch was anderes an dem Fall. Ja, ein Spielchen. Gehts. Fah, merci, herrlich. Ich habe die Fast-Folge-Held, ich bin ja trotzdem noch. Oh, der, ha' mercy. Mhm. Geht gleich, ich habe wieder. Ja, das war's gut. Das ist nicht so wichtig, das ist kritisch. Der Hund ist da, warte, ich zeige ihn immer. Ähm, wir sind gerade im Overwatch-Wand, würde ich gar nicht kriegen. Achso, okay, machen wir gleich. Ja, ein paar Minuten. Okay, Dumpf ist die zweite. Die haben ihn leicht genervt, sein Links-Click hat jetzt einen Fall-Off-Schaden, also der nimmt ab 15 Metern ab, aber das merkst du eigentlich nicht, wenn du auf die Kombos gehst. Farah ist jetzt, ich weiß nicht, für weniger begabte Spieler ist sie fett genervt, für sehr begabte Spieler, naja, da streiten sie sich noch drum. Okay, also jetzt auch nicht übermäßig OP. Ähm, Cixi, also die Raketen fliegen schneller, du machst aber weniger Splash-Damage, deswegen kommt es dir vor, als ob du gar nicht mehr damit klarkommst. du musst die Leute jetzt direkt treffen, sonst machst du, genau, der AOE-Damage ist genervt. Ähm, ihre, ihre Dings-E, also ihre Konk, ihre Dings-Mine da, was dich weghaut. Dich, dich selbst haut sie um, ich glaub, 25% weiter weg. Das heißt, du kannst dann mobiler mit ihr spielen. Aber dürfen die Gegner weniger, oder was? Ne, ne, die Gegner, äh, bleib, bleib, bleib gleich. Was haben sie noch verändert? War voll viel eigentlich mit der, äh, ihre Raketen, äh, wenn die, wenn die jemanden treffen, oder neben ihnen treffen, der kriegt nicht mehr so viel, er wird nicht mehr so weggeboxt, also nicht mehr so, so effekt, effektiv, ähm, weggeschlagen, gebucht, wenn man's. Ich hab's, ich hab's gesehen, Mann, ich bin nicht reingegangen, ich schwör, ich bin nicht reingegangen. Das hat mich reingezogen. Fuck, flucht doch mal. Oh, shit. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... Ja, ja, Reichweite 50 Kilometer, echt jetzt? Nice. Ich find's wieder salty, man. Ich find's, ich sollt'n gechillter Sonntag werden. Das ist echt geil, aber man hat schon einen Gezocken. Oh Mann. So, warte, ich krieg mal kurz, Marcel, bist du in der Kamera oder was? Wieso ist der scheiß Torbjörn nicht da? Ja, ich weiß jetzt nicht so. Er liegt im Flur, er ist ein bisschen muckst. Ja, Torbjörn wird wahrscheinlich erst der nächsten Season kommen, oder? In zwei Wochen. Völliger, völliger Blödsinn, der soll jetzt da sein. Du willst doch nur OP alle Leute fisten. Ach, in zwei Wochen isch Season eh rum, ne? Ja. Ja. Ja, dann kommt er erst die nächste Season. Ja, aber so machen die das doch immer, wenn die Champion in der Season einführen, dann kommt er immer erst... Nee, das war schon... Das war nicht immer so. Warte, ich mach gleich. Ich hab mir nebenbei noch die Fingernägel lackiert. Ich weiß nicht, was er hat, vielleicht ist er beleidigt. Oh. Liegt im Flur. Was? Meint sie ihm? Nee. Aber der ist immer so... Der wird immer relativ viel... Also, ja, hin und her gereicht. Und ich glaub, der braucht dann erstmal erstmal ein paar Minuten, bis er sich von seiner letzten Bezugsperson irgendwie lösen kann. Hä? Das liegt doch vor der Tür. Was aber auch nicht so gut. Nee, ist nicht so geil. Aber die Besitzerin ist auch an überlegen, ob sie den nicht mal irgendwie... ob sie den nicht mal einen Hof sucht oder so, wo er halt so einen festen Platz hat. Wahrscheinlich besser. Die erste Runde hab ich gewonnen. In der zweiten... Nicht. Ja. Allerdings waren wir in der ersten Runde auch nur zu dritt. Ah, okay. Ja, in der zweiten Runde waren wir dann fünf. Wer kam denn noch? Äh, der Delta und, äh, der Mendez. Ah, okay. Ja, immerhin. Und wer ist als Sieger rausgegangen? Äh... Das ist ein Lügen. Gregor oder Delta? Ich weiß es grad gar nicht mehr. Aber cool, wenn Delta gewonnen hätte. Werden es noch ein paar mehr beim Clan treffen, die gegen... Ich glaube es war Gregor. Gregor gewinnt doch, der cheatet doch. Deck doch bestimmt irgendwie alle eure Programme und sieht dann, was ihr für Karten habt. So komm, pick einen Tank. Los, pick ihn. Komm schon. Er ist nicht unschlüssig. Aber Tank spielt zur Zeit einfach niemand gerne. Ich seh das auch immer bei der Gruppensuche. Es sind immer DPS und Heiler voll und die suchen immer nur noch Tanks. Ja. Ja. Ich würde schon. Spiel zur Zeit einfach keiner gerne tanken. Es macht auch keinen Spaß. Reinhard ist verpackt wie so. Du wirst ständig nur gestunnt, hin und her geschubst. Und dann Mercy. Und dann D.Va und dann Orisa. Los... Du gehst noch mal rein, dann abzuschli later. Okay, bis bitte. Ah, fuck, dann kommt der von hinten. Dank Gott. Guter Held, Patrick. Ich hol mir die Mercy nochmal. Ah. So ein Assi. Oh, mein Junge sind da. Gut. Ja, okay. Tschüss, Hannah. Ich glaube, die andere hat die Scheißfalle kaputt gemacht. Alter, willst du mich verarschen? Die werden aus Braun? Ist das einfach? Ich hab mich nicht auf die Seite. Vom fliehen? Das ist am besten. Tief, das ist. Jetzt ist es. Ich bin unter den Anniin. Wenn die Anniin meets. Ich bin der Anniin. Ich werde nicht mehr, ich werde nicht mehr, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ok... Ich glaube, das ist ein Schwerger. Ich glaube, ich habe auch ein Schwerger. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch ein Schwerger. Das ist so wichtig, ich habe ihn nicht gebeten. Aber jetzt ist er auch das sicher. Ich habe ihn nicht gebeten, aber er muss ihn nicht gebeten. Ich bin ein bisschen glücklich. Er ist nicht so wichtig. Aber du kannst ihn nicht so ein bisschen. Es ist ein bisschen gebeten. Was? Das war's für mich. Denken wir mal hier. Keine Ahnung. Der ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Er macht mich nicht mehr... Ich bin ein Verrückter. Ich bin ein Verrückter. Ich bin ein Verrückter. Ich bin ein Verrückter. Ich hab 4 Gold. Und ich kann heal. Ja, kalt ich die ganze Zeit. Oh, was the fuck. Schuss auf. Ah, mit einem Schuss wieder. Ah, der will einen Krieg nach! Ich bin ein, das ist. Ich bin es nicht so für mich. Was ist das? Ja, ich bin es. Und da ist sie wieder auf eine Möglichkeit. Aber auch diese Möglichkeit gibt es zu den Schrauben. Ich glaube, dass sie die Schrauben getrennt hat. Ich bin natürlich nicht auf der Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Ich bin nicht auf der Seite der Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Genau. Ich bin nicht auf der Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das Problem war, dass der immer so elend weit vorne war. Er ist nur im Feeden. Der haut nicht ab. Der geht rein und feedet. Das ist alles, was er macht. Und was sollen wir dann machen? Brauchst einen Main Tank, der uns Platz verschafft. Er verschafft uns keinen Platz. Er geht sterben. Ich bin ganz drauf. Schnell hast du überhaupt 안 her contacts. Wirãos haben noch eine Idee. Ich hoffe, dass das Wasser doch Italian tut. Was ist denn? Oh, was ist denn? Hast du Gottdammit? Geil, weil ich hab nämlich Silberdammit. 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 Ne, ne, mach's. Geh, komm. Ich kann es sehen. Achso, dann geht der Incend wieder rein, ich kann ihn nicht mal heilen. Der kommt hier hoch und du denkst, okay, er holt sich die Healings ab und dann geht er einfach Incend wieder rein. Untertitelung des ZDF, der sich die Heal des ZDF auf den ZDF, der sich die Heal verübt. ... ... ... ... ... Was ist das? Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich fahre. Der Hellman fragt darüber auch nicht mit, was sein Team macht, also ich meine, wir waren alle hinten und er war einfach immer noch vorne am Payload. Ja, ich war hinter der Wand. Geil. Geil. Ich habe mich etwa noch einen D.B.I.N.D. mit. Geil. 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 Bitte switch Ich habe schon mal ein paar Worte. Ich habe schon mal eine Schuss, die ich weiß. Aber ich habe schon ein paar Worteilege. Ja, die ich nicht. Ich habe schon mal einen Pfeil. Ich habe schon mal eine Schuss, die ich nicht. Was ist das, was ich? Ich bin einig, aber ich bin einig. Das war's für mich. Das ist faszinierend, ich habe jetzt 12.000 Heilungen, das habe ich manchmal je nachdem wie das Game läuft, ganz am Ende des Games erst, manchmal habe ich das schon in der ersten Runde. Alter, bleibst du? 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 Oh, Mann. Bestimmt ein Typical da, oder? Ne, der den ich meine. Ich hätte auch was anderes gerechnet. Du hast ja einmal schon mal so ein Typical gemacht, mit dem hatte ich gerechnet. Ja. War nicht mit der Ulti, sondern einfach so, glaube ich. Ja, ja, unter der Brücke, oder? Ja, genau. Habe ja auch gedacht, aber naja. Ich hatte am Ende immerhin nicht mehr Silberschaden. Wie hieß der Afro? Schnell mal arbeiten. Ja, Afro. Hoffentlich im Gegnerteam. Dann nehme ich auch Hamster. Dann zeige ich ihm, wie man Hamster spielt. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie man Hamster spielt. Wow. Patrick, du bist schon ganz schön offensive manchmal. Ja, bin ich. Das ist our watch. Ranked is komplett broken. Komplett. Oh, jetzt um 17 Uhr fängst du an, dir was zu essen zu machen. So, ich werde noch ein Game machen, nochmal hier was zu essen. Ja, ein Cookie mit. Nein, ich will nicht deine Klöten haben. Das sind keine Cookies. Hat er hier raus? Nein, der Kater ist scheiße, den will ich auch nicht haben. Juhu. Au. Mann, er hat mir voll zu dicht gekratzt. Meine. Okay. Da. Halt ihn halt nicht so über mich. Alles gut, ich lebe noch. Ah, wer hat mich knapp unterm Auge erwischt. Okay. Oasis. Moira. Ich habe letztens in diesem Chunkenstein, habe ich mal wieder Zenyatta gespielt. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Das war irgendwie so lustig. In diesem Chunkenstein ist das echt, Chunkenstein ist das echt voll lustig, den zu spielen. Es ist auch jetzt voll einfach gemacht, dadurch dass du Zenyatta und Brigitte drin spielen kannst. Ja, das stimmt wohl. Ich habe vor ein paar Tagen, äh, mit, ich glaube, was spielte, die Golden Platte gespielt. Ja, ich habe das so ganz easy legendär geschafft. Ganz easy. Und letztes Jahr weiß ich noch, konntest du nur vier haben, also du konntest nur Hanzo spielen. Soldier, glaube ich. Äh, Anna und... Anna. Ähm. Gingens, nein. Wie heißt der? McCree. Na ja, genau. Ja, natürlich McCree. Das war wirklich sackschwer. Echt sackschwer. Und jetzt? Witz. Ja, ich habe diesmal auch die erste Runde, damit du ja gut machst. Fängst du mal mit normal an. Bin fast eingeschlafen, ey. Das war so langweilig. Hier geht's. Wie ist dann? Ja. Wie ist es? Echt? Wie? 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 Du wirst. Ja. gestaunen hat der reinhard wieder so viel glück gehabt ich habe ihn schon an der rufen kapi Wollt man ihren Mech wieder? Ah Nice to meet you Ich verstehe es nicht, lange bevor ich tot war. Okay, wir haben uns ganz schön gefickt. Ich weiß, wie ich jetzt auch was anderes als Moro. Brigitte, Top 500. Aber Wrecking Ball ist jetzt auch nicht so OP geworden, wie er anfangs aussah, oder? Du musst ihn spielen können. Du musst ihn einfach spielen können. Wenn du nicht spielen kannst, bist du nur ein Feen. Du musst deinem Team Platz verschaffen. Tust du das nicht, spielst du ihn falsch. Wenn du alleine irgendwo hingehst und machst, was du willst. Toll. So wie und so toll? Ja. Und weruen können, die algunos wieder kampf oder weniger. Du musst deine pleasing. Du kannst doch, diez. Und in jedem Schritt. Du kannst du dich einschrios? Und du kannst,ピust du dich wel. Und du kannst. Du kannst hur du kannst? Du kannst dessa 41AUR nutzen, wenn du nachherst. Ah! Ugh Ach, der Doomfist hat... Ich dachte gerade, du wärst der Doomfist. Ich hab solche Tiere, das... Nein, nicht über meine Tastatur, bitte. Die Rolle von McCree oder was? Oh. Nein, nicht so. Ah. 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 Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war's für mich. Die Leute laufen einfach auch immer vor mir weg. Ich sehe jemanden heilen und dann rennt er ums nächste Eck. Als die Schleuer eh was zu essen gemacht hat, können wir noch ne Runde machen. Ich hätte jetzt Abendessen gemacht. So, ich hab ohne Bruss. Ich hab in letzter Zeit nicht mehr so viele Leute reported wie sonst, weil normalerweise früher hab ich immer, wenn ich umgekommen bin, so eine Meldung bekommen. Danke für deine Meldung. Aber in letzter Zeit krieg ich das nicht mehr so oft, wenn ich umkomme. Irgendwie bin ich nicht mehr salty genug. Ich schon. Das Salt is strong in me. Jaja, das ist ja nichts Neues. Ich bin nicht mehr. Ja, ich bin wirklich sehr nöpfer. Das ist ja nichts mehr. Ich bin nicht mehr. Kann. Ich bin nicht mehr. Es ist ja nichts. Es ist ja nichts. Ich bin nicht mehr. Выstattest in unsere D salaries. Ich bin kein Problem. Es ist ja nichts. Ich bin lieber. Ich weiss, was ich mit dem machen soll, aber die Mechaniken habe ich nicht. Ich turn ja hinter der Bail. Ja. So viele Knöpfe, weil du was drückst. Also in der Teori weiß ich's. Aber mit diesem Rumschwingen schaffe ich manchmal nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ja, genau. Also wie der gerade da hier einen Salto nach dem anderen gemacht hat. Ich glaube, da hätte ich ganz schön Struggle mit gehabt. Ja. 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 Alter. Da oben konnte ich helfen. Ah fuck, meine Maus. Mann. Maus hängt. Jetzt machen. Duot das. Duot das, ein Spiders. Ich habe keine Schutze für einen Schutze. Duot das. Duot das. Duot das. Beste das geht. Gute. Ja, also super weit fein. Ich bin der Welt, aber ich bin der Krieg. Was ist das? Das war's für mich. Ah, fuck. Oh, fuck. Ich habe bereitgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Aber ich bin der einzige Heiler jetzt noch. What the fuck? Ich bin der Fall. wir kommen von hinter uns aus dem haus raus die ... ... ... Das ist auch ein Problem. Ich bin ... ... ... ... ... ... So, da ist wir anstrengend. Und wir müssen mehr oder weniger eigentlich bis zum Ende durch. Die Throne glaube ich, die zwei. Wer? Der hat über, also overall keine Spielzeit. 24 Minuten mit Quickplay zusammen. Die schmeißen die zwei. Die Karben. Hä? Oh lord. Okay, that's what I do. That's what I do. Let's group up. Let's group up. Don't go in there alone. They have 4 DPS, we need to win that. Yeah, 4 DPS in the Gegner team and 2 Trower in our team. Okay, let's get in. Not by the way. Oh, shit. Doi. Oh, we got that. They don't have any support. Yeah. That's what I didn't do for Brigitte. I actually did the ult in a queer level. Ah, ich komm ja gleich. Ich war halt tot. Wieso, ich mach nicht mehr. Aber halt auch immer die Genjis in meiner Fresse. Da woanders hin. Eigentlich verdienen wir das zu verlieren. Okay, ich werde mal wieder. Ach, come on. Hier ist U10. Nein, er ist neu. Er ist ein guter Job, man. Okay, let's get in. We just need to get the one here. Nothing else. Okay. 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 Weißt schon mal sehen, ob das so funktioniert. Okay. 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 Und zwar irgendwo noch ein Doomfest. Okay. 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 Pierce. Das war's für mich. Ja, ich weiß nicht, was ich hier ist. Er kommt! Good luck, Arne. Geht's gut, da rausgehen? Ja klar Es war nämlich eine Aktion am Ende, wo er drei mit der Ult getötet hat Eine Aktion im ganzen Spiel Ja und sowas kriegt dann das sehr öfter geben Dann denkt er, er hat den Job richtig gemacht Du verstehst, das ist... Du fragst zehnmal, ob er bitte switchen soll Kommt nicht eine Reaktion, keine Antwort, nichts Das ist ein Trower Ich hätte keine größere Avoid-Liste Ja, ich finde das auch schlimm, dass du da irgendwie nur drei drauf machen kannst Ich finde, ich weiß nicht Ich finde, dass Lucio-Seniata keine gute Kombo ist, weil das nicht genügend Raushaut Also nicht, dass aus einem Einzelnen schlechte Healer sind, aber in der Kombo, finde ich, ist der Heal einfach zu wenig Ich kann sie sagen, ich mache da hin Ich bin ja der Heal schon Ich bin ja der Heal schon Ich bin ja der Heal schon Das ist der Heal schon Ich bin ja der Heal schon So Patrick, lass mich dich schieben. Ich glaub da drüben ist nämlich ein, äh, Hanse oder sowas. Ja. Ah. Das meine ich halt, ich verliere in der ersten Kurve schon meinen Mech, aber irgendwie der Heal einfach nicht. Hanfurt ist nicht da. Ja, der Hamster ist nur wie schallt, die Leute wissen nicht, ob dieser Ero wie sie denn spielen sollen. Oh. Klar. Ach Er ist jetzt rechts, äh links auf dem Dach Ich glaube ich war ein Rechtsbieder Oh man Oh Kein Niemann da, das interessiert keinen Ja 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 Halt auch die Hände zum Paylock Ja Warum ulterst du? Der Lucia hat so unnötig geultet gerade Okay Ich bleib wieder alleine am Pilot Ja Ne Winden 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 Bwinden Ich habe Winden Weiß der Signato überhaupt, wie man andere Leute heilt? Gefühlt nämlich nicht. Ich hab nicht einmal das Ding von ihm gehabt, ich hab immer nur Heel von Busse bekommen. Weiß der Signato, dass er mir seine Kraft nicht gibt. Weiß der Signato, dass er mir seine Kraft nicht gibt. Die Signato, die ich nicht in der Serie gibt, ist er so zu verabschieden. Ich bin auf die Sägeber, die ich nicht in der Sache tun. Ich bin auf die Sägeber, aber die Sägeber, der ich nicht in der Sache hatte. Ich bin auf die Sägeber, die ich nicht in der Sache geschah. Oh, das ist das. Das war's für mich. Achso, außer durch die Ulti hab ich noch nicht einmal Heilung vom Senjata bekommen. Nee, halt nicht, da wird reported zwar dich. Ich habe die Ich kann mich noch nicht mehr rausgehen. Ich kenne noch 30 Sekunden. Also müssen Sie die Zeit ein? ...zuhh! 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 Oh? Die Maid von den Gegnern hat mich schon ganz schön abgefuckt, ey. Ich war nicht ohne. Ja. Nein, Choshne, bitte wieder einen Heiler, gib Mami keinen Heiler mehr, der heilt ja eh nicht. Ist das was? Ja. Ich würde noch zu Ende schätzen, da mache ich was zu essen, ja? Ich würde aber nicht zu spät essen machen, ich hatte keinen bock erst um zu essen, oder so. Gott sei Dank. Ich bin nur das. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Da ist Hanzo. Gott, bin ich erschrocken. Ein Schreiber, muss man gar nicht gewinnen. Ich habe einen Schreiberes. Ich habe einen Schreiber aufgedritten. Es ist wahrscheinlich auch schwierig. Vom Geist war. Man kann hier den Pfeil an sichern. Jetzt siehst du, ich hab mit 1700 schon Silber-Healing. Heißt, da der Luz so viel geheilt hat, wird es in Yacht-Fech jetzt kein Silber-Healing mehr haben. Weil dann hat er wirklich nur gehealt, wenn er Ulti hatte. Oh jetzt hat er mir mal so ein Ding gegeben. Toll. Aber guck kaum, was sie da ist Troll entlarvt, auf einmal gibt's ja Healing. Oh. 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 Kack! Hansortbrech wieder ulti er schreibt stop typing start playing und ist der erste der schliff oder auch kaum bei uns ist irgendwer gehört aber nicht was dort Was ist das? Das war so ganz schön, gott ihr denn? Ich glaube hier steht einer Und der Väter kriegt erstmal fettreports Drecksackverfickter alter Warum der Väter? War nicht der Mami der Trolle? Hoppla Mami Tatsächlich war der Hammond Von Hammond nicht schlecht Oh lol, ich hatte fünfeinhalb Minuten So Patrick, da mach ich mir jetzt aber was zu essen Ich bin nachher nochmal on, falls du bis dahin noch nicht völlig gesoldet bist Wow, ich will mal coole Sachen aus der Lootbox kriegen Achso und ich muss noch den Ding Mami, wo bist du? Ist das eigentlich, wenn du bei Overwatch Leute blockst Kann es trotzdem sein, dass sie noch danach die Runde mit dem zweiten Team landen Weil manchmal bei LOL zum Beispiel irgendwie Begegnest du den Leuten dann nie wieder Wenn du die avoidest, kannst du sie nur noch im Gegnerteam haben Ja, und wenn du sie blockst, passiert aber im Prinzip nix Nix, ne, du hörst sie nur nicht Dafür ist blocken da Ja, bei LOL weiß ich, dass du dann auch nicht siehst, was sie schreiben und so Aber soweit ich weiß, ist es dann auch so, dass vermieden wird, dass sie mit dir wieder in einem Team oder im Gegnerteam landen Ne, ne, dafür ist das avoiddowns Mit drei Plätzen ist das einfach viel zu wenig Ja, das stimmt auch Das ganze Ranked ist kaputt, macht auch keinen Spaß Ich spiel, guck mal, ich spiel meinen Main-Account gar nicht, nur Placements Es macht einfach keinen Spaß Richtig zu spielen Ja Durch Übertrolle, Smurfs, alles Schmeißer, Trower, Leaver Ne, das ganze System ist einfach für Arsch Senyata gehen Und dieses LFG bringt es auch nicht Das ist nicht das, du brauchst dieses Wie bei LOL Du Möcht die und die Rolle spielen und das musst du vorher angeben Genau, das muss so sein, das muss kommen Dann wirst du aber zufällig gematcht Und ich muss dir kein Team selber suchen Nicht wie jetzt 6 DPS Oder hast nur Supports im Team Wow So, lieber Patrick Dann bin ich mal eine Runde AFK Jo, hau rein Ich melde mich, wenn ich wieder da bin Alles klar Tschüssi Tschö Klaut mir der scheiß Hamster mein verdammtes Play of the game Jetzt hab ich nicht hingeguckt Jetzt hab ich nicht hingeguckt Jetzt hab ich nicht hingeguckt Ja, ich mache jetzt Leute Sahaja Schau Sein Vielen Dank. 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 Seid ihr bereit? Wir brauchen Carries. Ich werde heute reported, Mann. Einmal. Weil ich ja so toxic bin. Weil ich sehe, dass einer trollt und dann zieht er alle auf seine Seite, so einen Drecksack. Aber ich habe das Spiel gecarrant. Ich war vorhin auch toxic. Ich habe Hammond gespielt und wurde dann reported. Ey, ich habe heute zwei Hammond oder drei schon reported. Weil die keine Antwort, nichts witschen wollen, nichts machen, nur feeden. Und wenn ich frage, wenn ich frage, ob er wechseln kann. Und wenn ich frage, ob er wechseln kann, dann macht das schon gut. Ja, ja, ich sehe, wie er feedet. Und ich bin jetzt um, das ist ein paar Minuten. Und dann ist das, wie ich da, weil ich da rauskurt. Und dann ist das, wie ich da rauskürt. Ich glaube, ich bin da, weil ich da rauskürt. Und dann ist das, wie ich da rauskürt. Und dann ist das, wie ich da rauskürt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 30 Sekunden. This Genshin is a gold player. It's got a hitmarker. It's my smurf account. It's got a hitmarker. 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 Das war's für heute. Good job, Lads. Come here. 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 Was ist das? Was ist das? Überraschung Das war's für mich. Oh Gott, das ist so schön. Und dann geht's das noch nicht so gut. Aber dann wird es nicht so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Tschüss. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Die Leute sind so gut. Ich bin da nicht mehr Zeit. Ich bin da nicht mehr auf dem Weg. Ich bin da nicht mehr auf dem Weg. Geht mal! Hier ist das noch ein paar Blumen? Ich bin da nicht mehr auf dem Weg. Das ist ja nicht mehr auf dem Weg. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, 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 ja. Ah! Das war's für mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist gut. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für mich. Vielen Dank. 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 Thank you. Okay, wait, 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 wait. Thank you. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. user. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. 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 Oh. Thank you. 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 Okay. Thank you. 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 Nice. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. 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 Thank you.